Hallo meine Mäuse, so heute zeigen wir das Haus von der Elchortis. Sieht das nicht herrlich hier aus. So, das hat die gute Elchortis gebaut. Aber das ist echt toll. Hier ist sogar noch eine Mine. Okay. Hier ist so ein bisschen... Gut, ich hab schon gedacht, ich hätte hier was kaputt gemacht. Hier ist so ein bisschen, ja, so... So klein ist, wo man essen kann halt. Das ist toll. Dann musst du ja nicht hungern hier. Okay, ein sehr interessantes Schild. So, machen wir zu. Ein Java-Update. Das ist auch toll. Dann haben wir hier ein Bettchen mit einem... Ah, der Baum kann nicht wachsen. Dann muss ich hier mal ein bisschen Luft nach oben machen. So, jetzt kann der Baum wachsen. Alles sehr düster hier. Du hast hier gar keine Fenster. Aber du hast einen Zaubertisch mit Ambossen drumherum. Das ist alles. Aber hier ist ein Loch, das gefällt mir nicht so. Alles sehr düster, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sieht ansonsten sehr toll aus. Das war's. Dann geh ich nochmal eben in die Mine. Das war jetzt ein bisschen wenig. Das sind... Oh. Das Tierquälerei, Fräulein. Aber das ist egal. Das ist mir jetzt... Die Zeiten sind vorbei, wo ich bei Greenpeace gearbeitet habe. Was hatten wir da jetzt eigentlich? Hab ich gar nicht geguckt. Und da ist Lava einfach nur. Das ist einfach nur Lava. Okay. Und dann geht's hier. Das hab ich auch so und so noch nicht gesehen. So nach unten. Okay. Boah! Boah! Hast du das alles gemacht? Das ist ja viel. Das ist der Wahnsinn. Bist du ja heimisch am Buddeln die ganze Zeit. Boah, das ist ja krank. Das. Hier führt der U-Bahn durch. Die U-Bahn. Boah, ich bin gerade so schockiert von diesem Tunnel hier. Das ist echt... Das ist... Ja, wie... Hm. Wie viele Punkte kriegst du? Ich würde sagen, du kriegst... Mach mal 6 von 8000. Das ist okay, ne? Du kriegst 6 von 8000 Punkten. So, dann schauen wir mal, wen wir als nächstes besuchen. Bis jetzt hab ich nämlich noch keinen, der gesagt hat... Boah, nein. Ich kann keine scheiß pinke Wolle geben. So, ich bin weg. Tschüss.